Ja, schönen guten Abend nochmal aus der Merkur-Spiel-Arena hier in Düsseldorf. Die Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Nürnberg mit beiden Trainern. Überraschenderweise sind sie da, Robert Klaus und auch Christian Preusser. Und zugeschaltet sind uns die Journalisten auf der Pressetribüne hier im Stadion. Trotzdem wollen wir natürlich wie immer zunächst die Statements hören. Was ist das Resümee, Herr Klaus? Ja, hallo. Von meiner Seite aus auch willkommen hier. Wir freuen uns sehr über den Auswärtssieg. Auswärtssieg ist ein harter Kämpftersieg. Am Ende mussten wir viel zittern, die letzten 10, 15 Minuten. Da hat Fortuna richtig Druck entwickelt nochmal. Wir sind sehr gut reingestartet ins Spiel, das hatten wir uns vorgenommen. Das wollten wir verändern zur letzten Woche auch. Das hat gut geklappt, sind mit der ersten Chance direkt ins Führung gegangen. Wir hatten dann noch die zweite Chance und danach ist Düsseldorf immer besser ins Spiel gekommen. Wir hatten dann weniger Zugriff. Hauptproblem war da, dass wir die Bälle, die wir hatten, zu schnell weggegeben haben. Immer dann, wenn wir länger am Ball waren, dann sah es gut aus. Dann hatten wir eine gute Spielkontrolle und hatten auch ein gutes Gegenpressing. Immer dann, wenn wir die Bälle früh weggegeben haben, sind wir in Angriffe des Gegners reingelaufen. Und das haben wir in der Halbzeit auch besprochen, sind dann wieder gut rausgekommen aus der Halbzeit. Wir hatten dann wieder die ersten Chancen und müssen dann in der Phase auch einfach das Spiel killen. Dann bis zur 60., wo wir viele Angriffe hatten, auch viele aussichtsreiche Situationen, haben das nicht geschafft. Und dann kam Fortuna richtig auf. Jetzt haben wir dann gemerkt, welche Wucht und welche Qualität sie auch entwickeln können. Immer wieder auch variabel gewesen, der Gegner über das Zentrum und über den Flügel. Und da haben sie uns vor viele Aufgaben gestellt. Am Ende haben wir es dann so geregelt, dass wir dann mit einer Fünferkette nur noch wegverteidigt haben. Aber gesagt haben wir, wir haben nicht das Gefühl, dass wir hier noch so viel Druck machen, um aufs Weite zu gehen. Sonst geht es darum, das 1-0 zu sichern. Und das haben wir dann in den letzten zehn Minuten gemacht. Das war dann okay. In Summe freuen wir uns sehr über den Sieg. Auch über die Haltung, die wir gezeigt haben. Gerade dann in den Phasen, wo es mal ein bisschen schwieriger war, haben wir uns selber wieder rausgezogen. Das war gut. Ich wünsche Düsseldorf und vor allem auch Christian alles Gute. Es ist nicht einfach in der Situation. Wir kennen das vom letzten Jahr. Im Januar waren wir in der ähnlichen Situation. Viel Druck da, wenig Spielglück. Das dreht sich auch mal wieder, wenn man hart arbeitet. Und deswegen alles Gute und danke. Bis dahin auch danke dafür. Und wie fällt deine Bewertung aus, Christian? Ja, so dass wir ganz schlecht ins Spiel gekommen sind mit der ersten Aktion eigentlich, wo wir in dem Zentrum besser verteidigen müssen. Aber ich habe das Gegentor mir gerade angeguckt. Das ist dann einfach ein abgefälschter Ball, der dann leider ins Tor geht. Und danach haben wir gleich nochmal eine Chance zu überstehen gehabt. Und ab zehn Minuten fand ich, dass wir gut im Spiel waren. Wir haben uns sehr, sehr viel und sehr, sehr intensiv auch über Zweikampfverhalten unterhalten in dieser Woche nach dem Bremen-Spiel. Über Intensität im Spiel, über wie kommen wir nach vorne. Ich finde, das haben wir heute gezeigt. Ich erinnere mich an ein, zwei sehr große Chancen in der ersten Halbzeit, wo der letzte Punch leider gefehlt hat oder wo der letzte Pass gefehlt hat. Und deswegen finde ich, dass wir durchaus den Ausgleich in der ersten Halbzeit machen hätten können. In der zweiten Halbzeit war es dann mehr hin und her. Also es war dann ein offeneres Spiel. Und zum Schluss haben wir es dann wieder kontrolliert bekommen. Ich finde, die Einwechslungen waren gut heute. Die haben nochmal Struktur gebracht und auch nochmal Qualität nach vorne. Und am Ende steht die Niederlage da, die wirklich schwer erträglich ist, weil ich fand eine deutliche Steigerung zum Bremen-Spiel. Ich fand, dass wir uns auf die Sachen fokussiert haben, dass wir es einfach halten und gleichzeitig aber mutig auftreten. Das haben wir geschafft. Nach Standardsituationen waren wir heute auch gefährlich. Also das Ergebnis ist, wie gesagt, schwer erträglich. Vielen Dank für die Worte, Robert. Ich will zum Sieg trotzdem gratulieren, auch wenn es sich für uns nicht so anfühlt, dass wir hier hätten das Spiel verlieren müssen. Das waren die Eingangsstatements. Und jetzt gibt es die Möglichkeit zu fragen, wer möchte denn gerne beginnen? Ich kann jetzt keine Handzeichen sehen, deswegen müsste einfach einer mal loslegen. Könnt ihr uns hören? Wer fängt an? Das ist die große Frage. Wolfgang Lars, ja, bitte. Können Sie mich hören? Ja, wir hören Sie, Herr Lars. Das ist schön. Frage an Herrn Klau. Es gab nach dem Frieden Paderborn ein bisschen, ja, auch von Ihrer Seite Kritik am etwas mutlosen Auftritt Ihrer Mannschaft. War dieses nominelle 4-3-3, offizielle 4-3-3, wie Sie es auch vorhin im Fernsehinterview gesagt haben, ein bisschen die Antwort auch drauf, um ein bisschen mehr Mut auf den Platz zu bringen? Nein, würde ich nicht an der Grundordnung festmachen. Wir haben auch schon an anderen Spielen im 4-2-1 oder im 4-3-3 gespielt. Es war nur ein bisschen eine andere Anordnung vorne. Es lag daran, dass wir nicht wussten, ob Düsseldorf mit 3er oder mit 4er Kette spielt. Wir wollten auf beides vorbereitet sein und im 4-3-3 konnten wir beides gut anlaufen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, es war einfach eine Anpassung an den Gegner. Heute ging es eher nicht um Grundordnung, sondern um Haltung, wie wir das Spiel machen, dass wir ausstrahlen, dass wir das Spiel gewinnen wollen, dass wir Bälle nach vorne spielen, dass wir mutig sind, dass wir mehr in engen Räumen uns zutrauen, auch Lösungen zu finden, die mal ein bisschen mutiger sind. Das hat man gesehen, dass wir da auch 2-3 Ballverluste hatten, die gefährlich hätten werden können. Da hatten wir ein bisschen Glück, aber trotzdem, die Haltung war okay, wie wir mit Ball gespielt haben, habe ich ja schon gesagt. Immer dann, wenn wir den Ball länger hatten, dann war es gut. Dann haben wir auch gute Räume gefunden, noch eine gute Positionierung. Immer dann, wenn wir den Ball zu schnell weggegeben haben, dann wurde es schwierig. So, dann geht es weiter. Bleiben wir gerade mal bei Nürnberg. Marco Wernsinger für die Bild Nürnberg. Hallo, Herr Klaus. Hallo in die Runde. Das war jetzt nach acht Spielen mit Gegentoren mal wieder ein Spiel zu Null. Wo sind Sie die Gründe dafür? Und gibt es vielleicht auch ein Sonderlob, gerade für Sörensen, Schindler, Martenia, die den Laden da dicht gehalten haben? Ja, wir haben es geschafft, dass wir den Gegner über einige Phasen des Spiels weiter vom Tor weggehalten haben. Das war gut. In den Phasen, wo wir tiefer waren, hatten wir eine sehr stabile Innenverteidigung und einen sehr guten Torwart. Das müssen wir auch sagen. Und dazu kam einfach auch heute mal Spielglück, was wir in den letzten Spielen nicht so hatten. Da hat meistens der Gegner mit der ersten Chance das Tor gemacht. Und heute haben wir in der ersten Chance, wo Naray durch ist und der Chris richtig gut hält, hält er uns dann die Null. Und das war wichtig einfach. Das ist sehr eng in dieser Liga. Das ist nicht immer so zu erklären. Wir haben heute jetzt nicht nur unbedingt eine überragende Leistung gebracht, eine gute, eine stabile Leistung. Aber mit so einer Leistung haben wir auch schon Spiele verloren oder unentschieden gespielt und Gegentore kassiert. Deswegen manchmal ist es auch einfach ein bisschen Spielglück. Und trotzdem, das hatte ich schon vorhin gesagt, gerade wie wir uns am Ende die Bälle geworfen haben, dann nach der Umstellung auch, wie wir wegverteidigt haben, wie wir Schüsse geblockt haben. Das war richtig gut. Und das ist auch ein Schlüssel dafür, dass man zu Null spielt. Dann Gianni Costa. Jetzt bin ich da. Eine Frage an Herrn Preusser. Herr Preusser, es hatte den Eindruck, dass der eine oder andere Spieler zum Beispiel schon hinterab bekam, wir haben im Vorfeld ja darüber geredet, von ein paar taktischen Zwängen befreit wurde und relativ variabel auftreten konnte. War das Ihre Vorgabe oder mein falscher Eindruck? Schinter hat heute auf der Außenposition gespielt. Das hat er bei uns in dieser Saison noch nicht gemacht. Und deswegen ist er dann häufig in die Mitte gezogen und hat dann auch Freiräume für dahinter gemacht. Von daher, das war eine neue Position. Und ich finde, dass er das gut gemacht hat, dass er uns Ballsicherheit gegeben hat, dass er auch die große Torschung zum Schluss noch mal hatte, ist unheimlich gut angelaufen. Von daher, also den Eindruck davor, ob es taktische Zwänge waren oder nicht. Ich finde, er hat heute ein gutes Spiel gemacht. Auf einer neuen Position in dieser Saison. Sebastian Hochreiner, die Bild Düsseldorf. Hallo zusammen, auch eine Frage an Herr Preuß. Klaus Allaufs hat gerade ziemlich offen gelassen, was in den nächsten Tagen so passieren wird. Haben Sie nach, auch wenn wir noch sehr nah am Spiel dran sind, schon ein Gefühl, was jetzt Ihre Person betrifft? Machen Sie sich da überhaupt Gedanken drüber oder lassen Sie das eher auf sich zukommen? Meine Gefühlslage ist gerade nur dem Spiel gewidmet und wie wir es leider verloren haben, beziehungsweise was im Spiel passiert ist, was wir vorher miteinander besprochen haben, was wir umgesetzt haben. Und dann habe ich jetzt tatsächlich gerade nur die Gedanken, was wir morgen den Jungs zeigen, wie wir es nachbereiten. Und dann werden wir es natürlich immer gemeinsam nachbereiten, weil das ist ja unabhängig von der tabellarischen Situation, dass wir uns gemeinsam hinsetzen, über die Spiele sprechen. Und dann werde ich da meinen Eindruck auch noch mal sagen. Aber meine Gedanken sind jetzt tatsächlich gerade noch sehr beim Spiel. Dann war der nächste, wenn ich das richtig gesehen habe, Marco Wernzinger wieder. Herr Klaus, Pascal Köpke hat sein Startelf-Kampag gegeben nach 14 Monaten. Wie bewerten Sie seine Leistung und hat er womöglich sogar schon mehr Minuten im Tank, als Sie dachten im Vorfeld? Ja, also wir sind von ausgegangen, dass es für 60 Minuten reicht. Am Ende waren es dann 70, die letzten zehn Minuten waren aber so auf der letzten Rille. Pascal war immer gefährlich, hatte ich das Gefühl, dass er, wenn er dann seinen Raum hatte und auch sich gut bewegt hat in den Schnittschnellen, das ist seine große Stärke, dass er ein gutes Timing für tiefe Läufe hat und auch ein gutes Gefühl dafür hat. Das hat er gut gemacht, auch im Anlaufen sehr fleißig. Das kann er auch sehr gut und mich freut es einfach riesig für ihn, dass er jetzt nach der langen Zeit auch wieder von Anfang an auf dem Platz gestanden hat. Und das hat er sich erarbeitet. Er war sehr fleißig, hat im Training die Schritte gegangen und wir haben ihn jetzt aufgebaut. Und jetzt gilt es für ihn einfach darum, das auch zu bestätigen. Jetzt werden wir ihn sicherlich erstmal regenerieren lassen. Jetzt brauchen wir Ruhe und dann schauen wir, wie er dann wieder beisammen ist und bauen ihn wieder auf. Machen wir mit Gianni Costa weiter, dann Wolfgang Lars. Herr Preusser, können Sie vielleicht denn mal von Ihrer Seite aus schildern, wie Sie die nächsten Tage und Wochen geplant haben? Also speziell jetzt, es ist ja jetzt ein bisschen mehr Zeit, um das eine oder andere möglicherweise dann auch zu intensivieren. Wenn ich das richtig eben rausgehört habe, gehen Sie ja davon aus, dass Sie auch diese Zeit, dass Ihnen die noch zugestanden wird. Wie planen Sie damit? Also was sind Ihre konkreten Pläne jetzt? Das erste Mal, dass Sie mich nach dem Spiel über die Pläne der nächsten Wochen fragen. Aber ich kann gerne Auskunft geben. Wir haben morgen unseren Nachbereitungstag, wo wir unterschiedlich belasten, wo die Jungs, die gespielt haben, regenerieren, die nicht gespielt haben im Spielersatztraining sind. Dann werden wir eine ganz normale Spielnachbereitung machen. Ob wir das schon mit Video machen, das werden wir dann heute Abend oder morgen früh im Trainerteam entscheiden. Und dann haben wir tatsächlich die Länderspielpause. Viel Zeit zu trainieren. Wir werden auch ein Testspiel haben. Von daher, der Plan steht für die nächsten Tage und für die nächsten Wochen. Aber es ist kurios, dass Sie mich das jetzt nach dem Spiel so fragen. Naja, ich kann Ihnen das beantworten. Die Frage ist ja darauf basiert gewesen, dass wir ja unsicher sind, wie halt eben die Zukunft aussieht. Und deswegen ist es natürlich, finde ich, durchaus eine legitime Frage zu fragen, wie die nächsten Tage und Wochen aussehen. Ich habe nicht in Aprik gestellt, dass die Frage legitim ist. Die ist voll legitim. Aber nee, also morgen geht es weiter. Dann bitte die Nürnberger Nachrichten mit Wolfgang Glas. Herr Klaus, zwei Fragen. A, hat Dove dann heute aus Ihrer Sicht ein Tor geschossen? Und B, vielleicht eine Leistung in dieser Anordnung kam er erstaunlich gut zur Geltung, fand ich. Also hat auch in der Ersten natürlich viele Bälle festgemacht. Er hatte ein gutes Timing im Kopfballspiel. Wie haben Sie ihn gesehen? Ja, über das Tor wird gestritten zwischen den Spielern. Das ist noch nicht ganz klar. Im Moment, glaube ich, liegt es bei Lino Tempelmann von der DFL. Dove sagt, dass es ganz klar sein Tor ist, wenn sie untereinander ausmachen. Ansonsten zu seiner Rolle. Wir wussten schon, dass er das auch spielen kann. Gerade, weil wir uns heute auch ausgerechnet haben, dass wir immer wieder flach auch in die Räume kommen können, wo er dann ist. Dass er auch mit Läufen hinter die Kette für Gefahr sorgen kann, auch die Kette ziehen kann, damit wir dann Räume vor der Kette bekommen. Das war die Idee dahinter. Und dass der Dove jetzt nicht das Schlechteste ist in der Luft und auch robust ist, das wissen wir auch. Das geht manchmal so ein bisschen unter. Aber Dove ist ein sehr, sehr robuster Spieler und der auch gut mit dem Körper arbeiten kann und der da auch ein gutes Timing hat. Und deswegen glaube ich, dass er heute die Position, die wir ihm dazu gedacht haben, hat er halt gut ausgefüllt. Wir machen weiter mit Patrick Scherer vom Express. Hallo, schönen guten Abend. Eine Frage an Herrn Kreußer. Ich fand es mal ein sehr kämpferisch guter Auftritt Ihrer Mannschaft, also besonders nach diesem frühen Rückstand. Nun muss man aber doch sagen, die Zahlen sind natürlich immer die Zahlen. Es sind drei Spiele, null Tore, drei Niederlagen, zehn Heimspiele, fünf Niederlagen, nur ein Sieg. Was macht Ihnen da Hoffnung, dass Sie zusammen mit dieser Truppe den Bock doch noch rumstoßen können und in dem Abstiegskampf bestehen können da in den nächsten Wochen? Da machen wir ganz, ganz viele Sachen Hoffnung. Ich teile Ihre Einschätzung, dass wir heute sehr intensiv unterwegs waren, dass wir uns Torschauern gespielt haben, dass das ein guter Auftritt von uns war. Ich will daran erinnern, dass André Hoffmann jetzt seit langer Zeit wieder von Anfang an gespielt hat, der auch richtig an den Ketten gezogen hat, hat dem Spiel gut getan. Leider ist Emma Joa noch kurzfristig ausgefallen, ein bisschen muskuläre Probleme. Aber so vom Grundsatz finde ich, dass wir sehr intensiv aufgetreten sind. Und was macht mich zuversichtlich? So eine Leistung wie heute machen wir mich zuversichtlich. Wir brauchen natürlich den letzten Punch, wir brauchen Tore. Aber mit der Art und Weise können wir natürlich Tore schießen. Letzte Woche gegen Bremen war es schwer, ein Tor zu schießen, wenn wir so auftreten. Und von daher ist die Reaktion und die Herangehensweise und was wir heute gesehen haben in Ordnung. Aber ich verschließe nicht die Augen vor den Fakten. Und ich glaube, wir haben jetzt auch dreimal hintereinander kein Tor geschossen bei den Spielen. Also das weiß ich natürlich auch. Aber das heute war in Ordnung. Aber es muss bestätigt werden und es muss dann auch mit Toren unterlegt werden. Der Express hat auch Moritz Fuß am Start und der ist jetzt dran. Ja, guten Abend in die Runde. Auch an Herrn Preusser meine Frage. Es gab gegen Ende des Spiels, haben die Fans auf den Rängen, die wenigen auch ihren Unmut kundgetan. Auch Ihnen gegenüber, das haben Sie vielleicht mitbekommen. Wie gehen Sie damit um? Was macht das mit Ihnen? Das zeigt mir, dass die Situation auch für alle Beteiligten sehr, sehr ernst und sehr wichtig ist. Und dass wir damit nicht zufrieden sind mit der Heimausbeute, das ist doch völlig klar. Und ich habe Verständnis dafür, dass Wut und Ärger da ist. Wir sind auch wütend und sehr verärgert, dass wir heute keine Punkte geholt haben. Aber gleichzeitig betrachte ich es auch inhaltlich. Und inhaltlich war das, wie gesagt, in Ordnung trotzdem mit der Niederlage. Aber ich kann damit ganz gut umgehen. Ich verstehe das und das zeigt mir einfach nur, wie wichtig den Fans das ist. Und ich finde auch, es waren nur 750 da, dass sie uns direkt nach dem Gegentor sehr lautstark unterstützt haben. Wir haben da Energie gespürt und das brauchen wir auch für die nächsten Spiele. Dann erkenne ich keine Wortmeldung mehr. Die Pressekonferenz bei den Trainern ist jetzt vorbei. Ich darf aber die Journalisten, die Fortuna Düsseldorf bearbeiten, trotzdem bitten, noch da zu bleiben. Kloss Allaus wird noch für ein paar Nachfragen zur Verfügung stehen, auf diesem Wege dann. Vielen Dank an die Trainer. Guten Heimweg für den 1. Nürnberg. Danke. Ciao. Schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.